Aber die Void will er nicht machen. Kann das vielleicht daran liegen, dass das Obsidian hier drin ist? Lass mich mal gucken, dass es vielleicht ein Bug ist oder sowas. Tatsache. Über die Storage, das hat er wohl nicht angenommen. Das ist dann schon schade. Ja, ja. So, ganz wichtig hier. Da braucht man nicht viel. Hier, Knochen, das da, das da und das da kriegt ein Void-Upgrade. Ja. Okay, dass ich mal da kurz aufräumen. So, so. So. Okay. So ist gut. Ich siedle das gerade um. So. Das ist nicht schnell genug. Wir haben ja noch die Upgrades vergessen. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Einmal Rezept und ein Stack Upgrade. Zucker. Also nochmal U. Ein Stack Upgrade bitte. Perfekt. So. Alles voll. Dauert ewig. Zack, zack, zack. Und jetzt geht es ruck, zuck. So. Sehr schön. Abwärts. Abwärts. So. Kratz, kratz. So. Ich will alles leer. Wunderbar. Ja. Zuck. 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 Alles erledigt. Zack. Zack. So. Und weg damit. Schön. Perfekt. Gut. Ich muss das jetzt nur gucken, dass ich einen Exporter machen mit Mülltonnen. Das kriegen wir schon hin. Ja, dich brauchen wir jetzt hier unten nicht mehr, dich auch nicht mehr. Erfahrung haben wir auch jede Menge. Das ist jetzt kein Problem, wenn ich mal an. So. Da muss ich mal gucken, was ich davon alles reinräume. Auf jeden Fall. Steine hier. Steine. Die kriegen nämlich auch dann ein Void-Upgrade. Wenn ich die hier laufen lasse, dann macht das noch nicht viel, viel Stein. Den Rest kann ich, glaube ich, erst mal ein System pumpen. So. Wie machen wir das? Wenn ich dich jetzt hier... Das muss ich erst mal leer machen vielleicht. Ach so. Der Linken bitte. Dankeschön. Und dann da rein. Perfekt. So. 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 ich mache das extra so als die zwei reihen leer machen und fertig habe ich dann noch ein hebel einstecken ok ein hebel bitte ok Ich bin schon wieder mit... Ah, Gott. So. Ne, vielleicht nicht gerade da. Einfach hier vielleicht. Eine Lampe wäre noch schön, dass ich weiß, das Ding ist an. Eine Lampe. Hier eine Redstone Lampe, die wird es auch tun, oder? Die Redstone Lampe, die pack ich jetzt einfach. Hier so dran. Du bist nur bei der Redstone alles, so ungefähr. So, das müsst ihr eigentlich alles hier reinpumpen, genau. Das ist alles ins System gepumpt. Die ganzen Steine landen ja hier. Genau. Und ab 32 Sticks, wenn sie gewollt sind. Schön. Da kommt Eisenerz bei rum, da kommt alles bei rum, mal gucken. Grasblöcke. Basalt. Oh Gott. Oh Gott. Das war echt alles. Aber gar kein Problem mehr. Das Problem ist nur, wo lagert man den ganzen Scheiß? Ja. Okay. Ja. 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 Okay. Und so langsam läuft das Zeug ja auch voll, ne. Aber ich habe ja noch diese 64k Disc. Priorität 1 und du hast Priorität 0. Okay, erstmal läuft das voll und dann kommt die da. Die höchste Priorität hat ja unsere Storage Grades da unten. Die laufen zuallererst voll. Sofern da was drin ist überhaupt. Mal gucken. Jetzt mal nach... Ja, nach Menge das höchste. Okay. Dann würde ich sagen, da haben wir schon viele. Okay. Ingots, genau. Die sitzen damit aus wie Ingold. wir sollten uns jetzt mal um die erzverarbeitung kümmern glaube ich schmelzen tun wir die wahrscheinlich schmelzen weil das ja verdreifacht das den können wir jetzt fast wieder abbauen und drunter drehten brauchen wir nicht mehr jetzt soll es eigentlich abbauen warum nicht oder also verstehen so dass wir auch wieder lava für hier vielleicht mehrere schmelzen das ist aber muss man sich überlegen das wäre so schwierig wie man das ganze denn wie soll ich sagen die logistik das ist das schwierig daran kabel müsste ich eigentlich ohne probleme runterkriegen oder ja eigentlich schon da kann ich das exportieren exportieren und dann ja schauen wir mal da tut ein bisschen was weil ich viel kohle kohle gleich ist sechs jahre marian kohl kohle erz verarbeiten das in der seckmüll warum nicht ich denke ich 3 kohl und vielleicht hier noch drinks powder koppelstern und vielleicht noch diamanten oder vielleicht warum nicht in der seckmüll kopf ich bin bei 9 hier korsche könnte ich auch machen nee 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 da muss ich mal überlegen ok schmelze 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 Bauen wir eine zweite, bauen wir noch mehr hin. Mehr auf diese eine da. Ich habe nämlich eine große und das ist jetzt eher optimal. Dann baue ich wohl eine, zwei kleine oder so. Ich bin grad grad unsicher. Ich bin grad grad sehr unsicher. Wir gucken mal, wo das Kabel hinkommt, hinkommen würde. Mach dich vom Acker. Wo will denn das Kabel hingehen? Ja klar hier unten. Dann ist doch hier irgendwo da hinten. Aufkommen an die vollen. Schmelze, Schmelze gehen oder nicht? Weiter nach rechts. Weiter in die Richtung. Ja genau hier. Sehr schön. Fast die gleiche Ebene, ok. Kabel, kann man hier langführen und ich könnte das sowieso irgendwie ändern oder so. Jetzt muss ich mir echt hier Gedanken machen. Ich muss einfach hier die Schmelze hinstellen. Da. Zwei Stück oder drei. Zwei, drei Stück. Ok guck mal, wie ich schon jetzt erstmal die hier abreißen. Habe ich denn noch Bricks, Bricks, Bricks. Hier 20. Das ist nicht viel. Wo habe ich denn noch den Clay her? Ok. Warte an.